Vielleicht hast du heute einen richtig stressigen Tag hinter dir und brauchst mal Zeit, um abzuschalten und herunterzukommen. Oder du hast einen richtig guten Tag gehabt und willst den genauso positiv abschließen. Egal aus welchem Grund du heute dieses Video angeklickt hast, ich verspreche dir, dass es dir danach besser geht, körperlich wie auch mental. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Marcel Clementi und hier findest du jeden Mittwoch eine neue Folge von meinem Good Vibes-Podcast, wo ich zahlreiche Tipps für ein achtsames und glückliches Leben mit dir teile und jeden Sonntag eine neue Yoga-Einheit. In dieser Einheit heute möchte ich dir eine Atemübung zeigen, die dir hilft, Stress abzubauen und im Anschluss machen wir ganz entspannte Dehnübungen, für den ganzen Körper. Auch wenn du noch überhaupt keine Yoga-Erfahrung hast, kannst du dieses Video auf jeden Fall mitmachen. Du brauchst nicht mal eine Yogamatte, also schnapp da einfach ein feines Gewandl, also irgendwas, was für dich fein ist, wo du wohlfühlst und nimm dir ein paar Minuten Zeit für dich. Bevor wir starten, würde ich dich bitten, diesen Kanal zu abonnieren. Das hilft mir, dass ich weiterhin kostenlose Yoga-Einheiten hochladen kann und hilft auch dir, dass du keine weiteren Folgen verpasst. Alle meine Angebote zu Yoga-Lehrer-Ausbildungen und Yoga-Retreats findest du unten in der Videobeschreibung, genauso wie meinen Yoga-Anfänger-Kurs, falls du mehr über Yoga, Achtsamkeit, Meditation und Atemübungen lernen willst. Dort lernst du Yoga wirklich Schritt für Schritt, um von überall aus und vor allem auch ganz ohne Verletzungen Yoga zu machen. Und dann würde ich sagen, wann immer du bereit bist, schnapp dein feines Gewandl. Yogamatte brauchen wir heute nicht. Und wann immer du bereit bist, los geht's. Und wann immer du bereit bist, schnapp dein feines Gewandl. Wir starten heute mit einer Atemübung. Falls du kein Interesse an dieser Atemübung hast, habe ich dir unten eine Zeitlinie, eine Timeline erstellt, wo du das überspringen kannst und direkt mit den Bewegungen starten kannst. Allerdings kann ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen, diese Atemübung mitzumachen. Sie wird dir auf jeden Fall guttun. Wichtig ist, dass dein Rücken gerade bleibt beim Sitzen. Also egal, ob das jetzt der Schneidersitz ist oder der Fersensitz, den ich am Anfang dieses Videos gemacht habe. Wichtig ist, dass eben die Wirbelsäule schön in die Länge gezogen wird. Deine Schultern sind da ganz entspannt. Und dann schließ mal für einen kurzen Moment deine Augen. Entspann deine Schultern. Entspann dein Gesicht. Und atme ganz natürlich durch die Nase ein und aus. Bring deine ganze Achtsamkeit zu deiner Atmung. Spür, wie sich die Bauchdecke bewegt. Mit jedem Mal einatmen. Und mit jeder Ausatmung. Lass jegliche Anspannung los in deinem Gesicht, in deinem Kiefer, deiner Stirn. Und dann atme hier mal vollständig aus. Einatmen. Eins, zwei, drei, vier. Halte deine Luft für eins, zwei, drei, vier. Wieder einatmen. Eins, zwei, drei, vier. Halte die Luft. Eins, zwei, drei, vier. Und atme aus. Eins, zwei, drei, vier. Wieder einatmen. Eins, zwei, drei, vier. Halte die Luft. Eins, zwei, drei, vier. Atme aus. Eins, zwei, drei, vier. Versuch, das selbstständig zu machen, dich auf die Atmung zu konzentrieren. Vielleicht macht der Schnur bis drei zählen oder bis fünf. So wie du dich wohlfühlst. Wichtig ist die Einatmung, die Pause und die Ausatmung bleiben gleich lang. Lass auch in der Atempause deine Schultern ganz locker. Und immer dann, wenn deine Gedanken abschweifen, geh einfach wieder zur Atmung zurück. Zurück in den Moment. Zieh deinen Rücken noch mehr in die Länge. Entspann deine Schultern. Und dann, wenn du dich wohlfühlst. Und egal, wo du mit deiner Atmung gerade bist, atme nochmal so tief wie möglich ein. Halte die Luft. Atme durch den Mund aus. Entspann die Schultern. Und dann öffne langsam deine Augen. Wir beginnen mit den Dehnübungen, mit den Entspannungsübungen. Bleib dafür im Schneidersitz sitzen. Aber wenn der am Anfang so ausschaut, ist überhaupt kein Problem. Wir machen da jetzt ein paar Bewegungen für die Wirbelsäule. Dreh dich dafür mal auf die linke Seite. Das heißt, die rechte Hand geht auf dein linkes Knie. Die linke Hand geht hinter deinen Rücken. Mit der Einatmung richte dich auf. Und mit der Ausatmung beginn zu drehen. Bauch, Brust, Schultern, der Blick über die Schulter. Tief durch die Nase einatmen. Auch durch die Nase ausatmen. Und die Drehung sanft erhöhen. So den Druck etwas vertiefen. Immer mit der Ausatmung. Nochmal hier langsam ausatmen. Sehr schön. Langsam wieder zurück zur Mitte. Dasselbe auf die andere Seite. Linke Hand, rechtes Knie. Rechte Hand nach hinten. Einatmen, Länge im Rücken. Und ausatmen, Drehung, Bauch, Brust, Schultern, Blick über die Schulter. Einatmen, Länge im Rücken. Ausatmen, tiefer drehen. Versuch dich auch hier auf die Atmung zu konzentrieren. Immer mit der Ausatmung sanft den Druck erhöhen. Langsam wieder zurück zur Mitte. Dreh jetzt den Oberkörper Richtung linkes Knie. Und komm da in eine Vorbeuge. Schau aber, dass der Hintern auf der Matte bleibt. Also nicht umkippen. Sondern Richtung linkes Bein. Und dann wandere da mit den Fingerspitzen so weit wie möglich von dir weg. Den Kopf kannst du gerne hängen lassen für Entspannung im Nacken. Die Schultern locker. Dein Gesicht entspannt. Und auch hier drei tiefe Atemzüge. Unsere Gedanken kreisen ständig in der Zukunft oder in der Vergangenheit herum. Versuch ganz bei dir und bei der Atmung zu bleiben. Nicht an das, was heute passiert ist, denken. Und auch nicht das, was morgen ansteht. Sondern ganz im Moment ankommen. Und jetzt wandere mit den Fingerspitzen auf die rechte Seite über deinen rechten Oberschenkel. Mit der Einatmung gerne nochmal aufrichten. Und mit der Ausatmung lehne dich da nach vorne. Atme tief bis in den Bauch, um auch dein Nervensystem zu beruhigen, um Stress abzubauen, um mehr Balance zu finden. Und vielleicht kannst du mit deinen Händen jetzt noch etwas weiter nach rechts wandern. Löse den linken Arm, bring ihn über die linke Seite nach oben. Und dann über den Kopf zur Seite in einen Side-Stretch. Wir öffnen da schön seitlich den Oberkörper. Zieh gerne die linke Schulter etwas nach hinten. Den Arm ganz durchstrecken. Und auch hier drauf schauen, dass der Hintern auf der Matte bleibt. Letzter tiefer Atemzug auf dieser Seite. Und dann gehen die Hände wieder auf die Matte. Wir wandern nach links. Und auch hier so weit wie möglich. Also die linke Hand ist auf der Höhe mit deinem Körper. Der rechte Arm schwingt über rechts. Über die Schulter, über den Kopf zur Seite. Versuche hier die rechte Schulter noch ein bisschen nach hinten aufzudrehen. Streck den rechten Arm ganz durch. Und atme tief. Mit der nächsten Einatmung wieder zurück nach unten, zur Mitte. Und dann rollen wir uns hoch. Verschränkt die Finger hinter dem Rücken. Roll die Schultern nach hinten und öffne die Brust. Bleibt gerne so sitzen. Ich drehe mich nur zur Seite, dass man das besser sehen kann. Ich ziehe da nicht nach unten Richtung Matte. Da wäre gleich vorbei. Sondern wirklich nach hinten. Spüre die Dehnung in den Schultern. Die Öffnung in der Brust. Noch ein tiefer Atemzug. Langsam wieder lösen und alles ausschütteln. Von da gehen wir vor auf alle Viere. Die Arme schulterbreit. Die Beine hüftbreit. Zeigefinger schauen nach vorne. Gerne die Finger aufspreizen. Und dann mit der Einatmung Becken kippen. Brust heben. Der Blick nach oben. Ausatmen. Kinn zur Brust. Runder rücken. Streck die Arme durch. So gerade ein paar Mal Katze, Kuh. Wieder einatmen. Für das Hohlkreuz. Brust zieht nach oben. Der Blick hoch. Und ausatmen. Kinn zur Brust. Mach das gerade ein paar Mal in deinem eigenen Tempo. Atme auch hier durch die Nase ein und aus. Ist viel gesünder, durch die Nase zu atmen. Viel kontrollierter auch. Und vielleicht bist du heute viel gesessen. Wir sitzen alle miteinander viel zu viel. Und da sind diese Übungen wirklich Balsam für deinen Rücken. Es ist schon wichtig, dass man immer wieder auf sich schaut. Diese Übungen kannst du wirklich täglich machen. Muss man keine Angst haben, dass man sich überfordert. Für das habe ich extra diese Übungen heute gewählt. Dass es dir gut geht. Das ist mir wichtig. Und dann setz dich hinten auf die Fersen drauf. Und wandere mit den Fingerspitzen mal weit nach vorne. Da es eine gemütliche Abendroutine ist, kannst du gerne hierbleiben. Mit den Fingern nach vorne wandern. Wenn du sagst, ich würde mich gerne ein bisschen anstrengen, ein bisschen was spüren, dann stell die Zehen auf und komm in den herabschauenden Hund. Lass die Arme dabei durchgestreckt. Gern die Knie gebeugt lassen. Es geht uns hier wirklich um den Rücken. Gern der Blick auch nach hinten zu den Füßen für den langen Nacken. Und ansonsten die Alternative in deiner Child's Pose. Kannst auch die Arme nach hinten geben, Kopf ablegen und einfach ein paar Atemzüge genießen. Auch das ist super für den Rücken. Für welche Variante du dich entscheidest. Wichtig ist, dass du dir Zeit für dich nimmst. Und das machst du gerade. Oder kann man auch stolz auf sich sein. Wie ich immer sehr gerne sage, you can't pour from an empty cup. Du musst immer auch deine Batterien aufladen, um anderen helfen zu können. Ein letzter Atemzug in deiner Position. Und dann langsam in eine kniende Position kommen. Gewicht zur Seite. Die Beine gehen nach vorne. Und dann rutsch an den Anfang deiner Matte. Wenn du keine Matte hast, dann einfach ein bisschen vorrutschen. Sodass, wenn du dich nach hinten rollst, die du nirgendwo drauflegen kannst. Auf was Spitzes, Hartes oder Flauschiges. Also auch keine Haustiere hinter dir. Gut Platz machen. Und dann verschränk die Arme zwischen deinen Beinen. Also bei den Oberschenkeln. Versuch da deine Ellbogen zu halten. Bring dein Kind zur Brust. Und lehn die ganz fest nach hinten. Um da deine Skapiule zu öffnen. Also deine Schulterblätter. Sollte ganz angenehm sein. Auch hier wieder die Erinnerung. Dich auf die Atmung zu konzentrieren. Und die Betonung liegt da wirklich auf konzentrieren. Es ist eine Konzentrationssache. Im Moment zu bleiben. Achtsam zu sein. Zu beobachten. Achtsamkeit und Konzentration. Es ist nicht ganz dasselbe. Aber sich zu konzentrieren auf eine Sache. Ist schon ein richtiger Weg zur Achtsamkeit. Versuche hier nochmal so tief wie möglich einzuatmen. Vollständig aus. Löst die Hände. Streck die Arme nach vorne. Lass die Füße auf der Matte. Und wir rollen langsam nach hinten. Wirbel für Wirbel. Zum Abschluss lagern wir nochmal die Beine hoch. In Indien. Bei meinen Ausbildungen haben die Lehrer immer gesagt. Anti-Aging. Anti-Aging. Deswegen lagern wir die Beine hoch. Ist gut fürs Gesicht. Gleichzeitig öffnen wir da die Hüften. Also beug die Knie. Und greif mit deinen Händen. Entweder die Außenkanten deiner Füße. Oder ich persönlich greife fast lieber nur in Anführungsstriche zum Schienbein. Um die Knie mehr zu mir zu ziehen. Weil die Gefahr ist, wenn du versuchst die Füße zu greifen. Aber dir Bewegligkeit fehlt. Dann wird der Rücken rund. Und dann ist es im unteren Rücken unangenehm. Also der Rücken sollte wirklich auf dem Boden bleiben. Nicht rund werden. Schau, dass du das Becken ein bisschen nach unten kippst. Ähnlich wie bei Katze, Kuh. Die Knie ziehst zu dir. Und was auch immer du locker greifen kannst. Das greift. Das ist genug. Man muss da niemandem was beweisen. Weder beim Yoga. Noch im Leben. Wichtig ist, dass du dich selber kennst. Dass du weißt, was dir gut tut. Ohne dich ständig mit anderen zu vergleichen. Und ohne irgendeiner Illusion hinterher zu rennen. Wenn ich das mal schaffe, dann bin ich gut. Wenn ich das mal habe, dann bin ich glücklich. Glücklich sein kannst du immer nur im Hier und Jetzt. Deswegen genieße den Moment. Entspann noch mal bewusst dein Gesicht. Kannst du in diesem Hüftöffner gerne noch mal den Druck erhöhen. Die Beine noch mehr zu dir ziehen. Wie gesagt, es sollten keine Schmerzen sein. Nicht in den Knien und auch nicht im Rücken. Atme hier noch mal so tief wie möglich ein. Und vollständig aus. Und dann winkele langsam die Knie zur Brust. Schling die Arme herum. Kannst du noch ein bisschen nach links und rechts wippen, um den Rücken zu massieren. Und von da rollen wir uns wieder hoch ins Sitzen. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du mit mir Yoga gemacht hast. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte abonniere den Kanal. Wie gesagt, es ist die größte Unterstützung für mich und hilft auch dir, dass du keine weiteren Videos verpasst. Schick dieses Video doch gerne auch an zwei, drei deiner Freunde oder teils auf Instagram, um mich weiter zu empfehlen. Ich sage vielen, vielen Dank. Falls dich diese Themen Achtsamkeit, Yoga, Meditation interessieren, hör gerne auch in meinen kostenlosen Good Vibes Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt oder eben auch hier auf YouTube. Und alle meine Angebote zu Yogalehrerausbildungen, Yoga Retreats und meinem Yoga Anfänger Online Kurs. Findest du auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com Du hast auch jedes Monat die Möglichkeit, mit mir Live-Yoga zu machen und mir deine Fragen zu stellen, ideal Rezepte, Buchtipps. Und du lernst mich persönlich kennen, das ist meine Patreon-Community. Da wäre hier der Link. Und dann wünsche ich dir noch ganz ein feines Tagele, einen feinen Abend. Genieß die Zeit. Halte bitte keinen Hax mehr ausreißen. Also gönn dir vielleicht ein Tassete, ein gutes Buch, einen Spaziergang. Wichtig, immer wieder mal den Druck rauszunehmen. Schau auf die. Nur so kannst du anderen helfen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Namaste. Malas. Paste. ہ